Lauf doch! Die steht doch frei! Schiri! Foul! Das ist doch unfair, Mann! Leute, ich hab letztens gelesen, dass Frauen im Fußball das 300-fache für Männer verdienen. Ja, normal. Dazu kommt noch die Werbung und so. Das ist unfair. Hä? Das guckt sich doch keiner an. Männerfußball, wo soll denn da auch die Kohle herkommen? Obwohl, so Männer in so knappen Shorts, enge Trikots, die machen doch auch Trikot-Tausch. Wo tragen die eigentlich was drunter? Das ist schon ganz geil. Vielleicht doch mal angucken. Nee, die soll mal schön am Herd bleiben und sich um die Kinder kümmern. Da bleibt überhaupt keine Zeit mehr für so Frauensachen wie Fußball. Du stehst ja gerade. Kannst du noch mal eine Kohle aus dem Kühlschrank mitbringen? Ich sag, wir haben noch eine, oder? Ja. Die steht im Kühlschrank. Nein, meine Mutter! Die steht doch frei und guckt nicht. Ja. Ja.